Hi, ich bin Hamza! Los! Zimt! Ich freue mich! Ich liebe das! Schmeckt nach Weihnachtsmann! Das schmeckt mega lecker! Hallo zusammen! Wir machen heute wieder mal ein Apfelrezept. Ich muss sagen, mittlerweile habe ich ein ganzes Lexikon voll Apfelrezepte auf meinem Kanal. Und wir machen heute einen Apple Crumble Cake. Also eine Apple Crumble Torte, nein Torte ist es nicht, Kuchen. Weil Torte ist ja, wenn noch eine Creme dazwischen ist. Wir machen es richtig knusprig, aber auch mit einem Rührteig dabei. Und ich habe auch ein Apple Crumble Rezept auf meinem Kanal. Das liebe ich! Das könnt ihr euch auch mal ansehen, nachdem ihr mir das Rezept angeschaut habt. Und ich lege direkt los. Alle ganz genauen Mengenangaben stehen wie immer unten in der... Hüppelwurst! Mehl ist drin, erstmal die trockenen Zutaten. Ich habe hier 2 Zuckersorten. Einmal weißen und einmal braunen. Der braune schmeckt einfach ein bisschen karamelliger. Dann darf Zimt niemals fehlen, gerade jetzt zur Jahreszeit. Und anschließend kommt die flüssige Zutat rein oder die Zutat hin, weil ich habe hier einmal zerlassene Butter. Bei geringer Wattzahl in der Mikrowelle schmelzen. Und Vanilleextrakt gebe ich noch dazu. Das verrühre ich einmal vorab. Und dann mit den Händen einfach zu Crumbles, also zu Streuseln verkneten. Und dann machen wir weiter mit dem Rührteig. So, die Crumbles sind ready. Wir machen weiter mit unserem Rührteig. Der geht auch echt schnell. Ich nehme jetzt einfach den gleichen Teigschaber. Spare ich mir nämlich das Geschirr. So, und dann kommt jetzt zimmerwarme Butter. Ich habe es vergessen, aus dem Kühlschrank zu nehmen. Daher habe ich es ganz kurz in die Mikrowelle getan. Also zimmerwarme Butter kommt in die Maschine. Zucker kommt mit dazu, Vanilleextrakt und eine gute Prise Salz. Falls ihr euch fragt, warum immer Prise Salz? Achso, Zucker kommt rein. Die hebt einfach nochmal den süßen Geschmack und macht einfach nochmal ein bisschen rund. So, und das Ganze lasse ich dann für ca. 3 Minuten lang richtig schön hell cremig schlagen. Und dann geht's weiter. Ich habe jetzt noch das Ei und Schmand mit reingerührt. Nur so lange, bis es sich verbindet. Und jetzt kommen die trockenen Zutaten rein, also Mehl und Backpulver. Und das Ganze einmal kurz reinsieben und dann nur so kurz wie notwendig verrühren. Dann ist nämlich auch der zweite Part fertig. Und als nächstes schälen wir nur noch die Äpfel. So, ich schäle schon mal 2 Äpfel. Nehmt bei dem Rezept generell bei süßen Apfelrezepten immer gern säuerliche Äpfel. Schäle immer dran im Supermarkt, also bei Kaufland. Schäle immer dran, ob es dann säuerlich ist oder süß. Und säuerlich passt halt einfach besser bei süßen Rezepten, weil es den Geschmack einfach rund macht. Genauso wie die Prise Salz in süßen Rezepten. Und ich muss sagen, ich lasse mir wirklich jedes Jahr voll viele Apfelrezepte einfallen. Und voll viele Fragen auch dann, irgendwann gibt's doch gar keine Rezepte mehr. Also irgendwann hast du doch keine mehr, oder? Und das ist, bei Apfelrezepten ist das gar nicht so. Ich kann mir immer wieder neue Apfelrezepte einfallen lassen. Und ich habe eine Playlist mit so, so vielen Apfelrezepten. Klickt euch da gerne mal durch. Was ich aber ganz lustig finde ist, was ich nicht habe in meiner Küche und ich habe echt alles, was so sinnvoll ist, ist so ein Apfelentkerner. Den habe ich gar nicht. Hast du einen, Sarah? Du hast auch einen? Ich habe einfach keinen Apfelentkerner. Ich mache das immer einfach, ich schneide mit dem Messer drumherum. Was habt ihr denn so nicht, was jeder hat? Schreibt mir das mal in die Kommentare und ich schäle in der Zwischenzeit die Äpfel schön und schneide sie dann anschließend so in relativ kleine Stückchen. Zu den Äpfeln habe ich jetzt noch ein bisschen Zimt und ein bisschen Zucker gegeben und ordentlich geschakt. Und jetzt habe ich meine 20cm Springform. Da gebe ich jetzt ein Backpapier drunter. Eigentlich ist die sehr gut beschichtet und ihr braucht es nicht, aber ich werde die wahrscheinlich gleich nochmal mitnehmen, die Torte. Und so habe ich dann einfach, kann ich es ganz schnell rüber transferieren in meine Tortentransportbox. So, da gebe ich jetzt zuallererst den Boden, also diesen Rührteig rein. Nicht alles, sondern nur die Hälfte, denn wir schichten das Ganze jetzt. Dann kommt die Hälfte von den Streuseln. Ne, erst gebe ich die Äpfel dazu, dann die Streusel und dann wiederhole ich das Ganze nochmal. Also zweimal kommt jede Schicht mit rein und dann kommt es in den Backofen. Schonmal vorheizen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze und dann backen wir das Ganze für circa eine Dreiviertelstunde. So, ich bin jetzt gerade bei der zweiten Schicht. Ich muss schon sagen, das sieht schon echt pervers aus. Das sieht schon richtig geil aus. Und ein Tipp von mir immer, wenn ihr so Untergründe habt, wo es halt schwierig ist, es zu verstreichen, weil jetzt haben wir halt die Crumbles und das ist kein gerader Untergrund, dann immer in Klecksen verteilen, weil dann habt ihr schonmal überall großflächig was verteilt und könnt dann einfach nur noch so ganz grob alles verstreichen. Dann kommen noch die restlichen Äpfel und die restlichen Crumbles dazu und ich muss sagen, es riecht jetzt schon mega gut hier. Wenn es erst im Ofen ist, dann, guck mal! Eigentlich müsste es so einen Raum, gibt es so einen Raumduft? Apfelkuchen-Raumduft? Falls ja, bin die erste, die mir das bestellt. Gibt es das? Gibt es doch Kerzen, die wir machen. Ja, Raumduft finde ich geil als Kerzen, muss ich sagen. Also wenn ihr irgendwie was kennt und empfehlen könnt, dann schreibt es mal in die Kommentare! Ja, ich habe mir jetzt einfach mal ein anderes Oberteil angezogen. Daher nicht wundern, das passiert, wenn man sich den ganzen Kaffee auf sein Oberteil schüttet. Aber nichtsdestotrotz habe ich hier einen richtig genialen Apfelkuchen. Der riecht extrem gut, Leute! Oh, richtig! Ich freue mich richtig, den zu genießen! Der ist jetzt nur noch lauwarm, aber ich kann hier schon mal einmal, das ist mal mein Magic Moment, einmal springen vom Rand entfernen. Ist das nicht? Perfekt! Einfach perfekt! Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Puderzucker und da gebe ich Zitronensaft rein. Ich habe eigentlich immer frische Zitrone da, das ist aber meine Neuentdeckung, denn so kann ich auch wenn ich mal, so wie heute, keine frische Zitrone da habe, das kann man auch so praktisch dosieren, einfach hiermit in den Puderzucker rein. So viel, bis ihr einfach so einen schönen Guss habt und dann habt ihr auch nochmal so einen zitronigen Pepp einfach auf eurem Kuchen. Aber wenn ihr sagt, ihr mögt das nicht, ihr möchtet es lieber süß, könnt ihr statt des Zitronensafts auch z.B. Apfelsaft nehmen, das geht auch. Oder Orangensaft, generell einfach irgendwelche Säfte die ihr da habt. Also, aus der Kiki Kuli Jessica, der Iman und natürlich der Hamza. Hi, ich bin Hamza. Und probiert gerne, nehmt euch den gerne in die Hand, ich habe den schon in Stücke zurecht geschnitten. Einfach reinbeißen und ehrliche Kritik ausüben. Los, das riecht nach Weihnachten, nach Winter. Zimt. Lecker. Ist gut. Zimt, Vanille? Ja. Na gut, gutes Gespür. Schreusel, ich liebe das. Zimt, Vanille? Viel Butter. Ja. Guck mal, sie hat das Rezept schon fast draußen. Das schmeckt mega lecker. Ist lecker, oder? Das schmeckt einfach so lecker, voll lecker. Schmeckt nach Weihnachtsmann. So was müsste es auch für Weihnachtsmann geben, finde ich. Boah, so süßes. Vielleicht bald bei mir, Kiki. Ja. Ja. Wer weiß, wer weiß. Mega geil, auch wenn das süße schmeckt. Perfekt. So, dann habt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Haushoff. Have a regret, bis zum nächsten Mal. Tai drinnen. Hariolo-